Liebe Schwestern und Brüder, Christ der Retter ist da. Das ist das Lied der Heiligen Nacht. Diese Worte hallen weiter. Christ der Retter ist da. Das ist die Kurzformel dessen, was während Weihnachten am Fest der Geburt Jesu war. Wie der Dichter des bekanntesten Weihnachtsliedes Stille Nacht, so versuchten die Menschen von Beginn an, in Worte zu fassen, was wir an Weihnachten feiern. Gott steigt aus des Himmels Höhen heran. Er entäußert sich und wird Mensch, damit alle ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. So beschreibt der Philippa-Hymnus, einer der ältesten Texte des Neuen Testaments, die Inkarnation, das Weihnachtsereignis der Menschheit Gottes in Jesus Christus. Der Evangelist Johannes wählt eine ähnliche Sprache. Im Anfang war das Wort, und das Wort war Gott, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das sind die zentralen Aussagen des heutigen Evangeliums. Ich beeindrucke immer wieder von Neuem, wie viele Krippendarstellungen, das unfassbare Geschehen der heimigen Nacht, auf eindrucksvoll menschliche Weise in Szene sitzen. Alle, Maria und Josef, die Hirten, ja sogar die Tiere, alle gehen in die Knie und niemand kann den Blick abwenden vom göttlichen Kind in der Krippe. Der Jesus von Nazareth, Mensch gewordene Gott, berührt die Menschen damals wie heute. Liebe Schwester, liebe Brüder, Weihnachten im Jahr 2020, wie klingt die Botschaft heute? Nach unseren Erfahrungen in den vergangenen Monaten, schauen wir sicherlich noch einmal mit ganz anderen Augen auf das Kind in der Krippe. In diesem hilflosen Gotteskind spiegelt sich bereits alles wieder, was sich in seinem Leben ereignet wird. Nicht nur als Kind in der Krippe, sondern immer wieder berührt Jesus Christus die Menschen in seinem irdischen Dasein auf neue und besondere Weise. Doch er erwartet auch unsere Zuneigung. Ohne sie wird Gott unter den Menschen nicht wohnen können. Er ist und bleibt uns durch seine Liebe nahe. Vor allem den Schwachen, den Kranken und denen, die an den Rändern des Lebens und am Rand der Gesellschaft stehen. Durch seine Verletzlichkeit in seinem Leben, Leiden und Sterben und durch seine Auferstehung ermöglicht Jesus Christus uns selbst eine ganz neue Existenz. Liebe Schwestern, liebe Brüder, in diesem Jahr wird der Zwiespalt von zwischenmenschlicher Nähe und Abstand, von Zuwendung und Distanz besonders deutlich. Wenn wir in die Krippe schauen, schauen wir mit Zärtlichkeit auf das Kind, in dem Gott mit uns Menschen auf Augenhöhe in Kontakt tritt. Kontakt kommt vom maternischen Wort Kontaktus, das in seiner ursprünglichen Wortbedeutung einen großen Zwiespalt benennt. Kontaktus bedeutet Berührung, aber auch Ansteckung. Dass Kontakt zu anderen, sogar zu unseren Liebsten, Ansteckung bedeuten kann, diese Erfahrung mussten wir in den vergangenen Monaten neu lernen. Schmerzlich ist dies besonders heute an Weihnachten, wenn sich Familien, Eltern, Kinder, Enkel und Freunde nur eingeschränkt besuchen können, weil Nähe auch krank machen kann. Im Kind in der Krippe ist Gott schon einmal neue Wege gegangen. Jesus Christus hat er eine Lösung gefunden, die Welt zu retten und zu heilen. In ihm, Jesus Christus, wahres Leben und das Licht der Menschen. So heißt es im Weihnachtsevangelium nach Johannes. Das Leuchten und die Wärme der Gegenwart Gottes, da fülle uns auch heute. Schauen wir auf das verletzliche Kind in der Krippe und nehmen alle, die wir lieben, mit hinein in unser Gebiet. Bleiben wir so einander verbunden, so wünsche ich Ihnen gesunde, glückliche und gesegnete Weihnachtstage. Danke, 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 danke. Danke.